Wer hat die Teller da stehen lassen? Das ist doch nicht euer Ernst, dass das hier steht bei mir in der Küche, oder was? Aktuell haben wir, glaube ich, eine sehr gute Situation. Was die Öffentlichkeit über mich denkt, ich glaube, dass sie denken, dass ich arrogant bin und ein Spinner. Kurze Frage, lauft ihr noch ganz rund? Es gab schöne Momente, war vielleicht auch alles schnell, aber es muss weitergehen. Ihr habt zwei Minuten, um den Scheiß wegzuräumen, was ist denn hier los, ey? Hört ihr alle besoffen, oder was? Komm bitte! Danke! 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 Danke!